Marc Jarosz ist Rückschläger hier im Finale der Herrn Baby Badab. Zweiermannschaftsturnier, der Abzimmerpokal beim CFL im Unterastbach, Samstag, 10. Juni 2017. Neun zu sieben, das könnte der fünfte Satz sein. Aber neun zu sieben war es definitiv nicht, eher zehn zu sieben. Wie steht es in Sätzen? Zwei zu zwei. Im fünften Satz dann wie alle anderen Videos von diesem Gerhard Zinner, Zweiermannschaftsturnier 2017, auf YouTube. Googlen unter Reinhard Steinbecher, Zinner 2017, Z-I-N-N-E-R, Zinner-Turnier 2017. Da gibt es die vielen schönen Tischtennisvideos von diesem Turnier in der Nähe von Nürnberg-Fürth, Bonhoeffer Gymnasiumhalle. Veranstaltet sie für den Unterastbach.